hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnite ihr seht hier ich hatte ja in der letzten folge gesagt heute nachmittag gibt es neue aufgaben ja wir sollen fünf truhen in einer runde durchsuchen ich spiele wieder solo in der hoffnung dass ich dieses mal einen kill mache und wir warten wir warten und warten ich konnte es nicht anwenden scheiße egal so fünf truhen in einer runde jetzt muss man natürlich gucken wo finden wir fünf truhen auf einmal eigentlich überall solange dort keiner landet wird schon werden so wir gucken ja gut da auf jeden fall dort müsste klappen kurz bedanken mein busfahrer ja ihr wisst ja am anfang ich springe da nicht mit raus das sind mir zu viele da schaffen wir es nicht sind da werden wir es auch nicht hin schaffen also gehen wir haunt tils und raus hier ich hoffe da landet keiner haunt tils ist im übrigen ein friedhof für alle die die das noch nicht wissen wir könnten allerdings auch hier oben drauf landen können na komm das könnte man natürlich auch machen oh gott tschuldigung da steht sogar kein automat also landen wir hier würde ich sagen es tut mir leid das war facebook im hintergrund nicht facebook whatsapp ich hab das immer auf dem browser und hier haben wir schon die erste kiste läuft auch so weit sind wir auch gar nicht weg hier in dem haus ist noch eine kiste drin das weiß ich ist es normalerweise immer irgendwie dieses mal nicht toll so einer hammer vier brauchen wir noch hier hören wir schon die nächste so da guck mal gleich hier ist auch noch eine ok ich bin glücklich ich hab wieder was zum snipern und die fünfte kiste haben auch läuft ganz kurz gott sind auf jeden fall über 90 gestartet sind noch 40 da läuft bei den dudes würde ich sagen so ich will mich auf jeden fall da hoch bauen ja da hoch möchte ich gerne ich müsste aber mal ganz kurz ähm einstellungen ich müsste aber mal ganz kurz ähm einstellungen 65 äh und hier machen wir 7 ich sollte auch was davon haben ich habe da was gehört dass einer gekommen ich habe da was gehört dass einer gekommen ich habe da und dann war er darin hoh holy alter hat er mich runter genockt auf 4 lebenspunkte Äh Ja gut Jetzt möchte ich gerne noch was zum heilen haben Äh Ich muss in die Richtung Holy Das war wirklich knapp muss ich sagen Äh Ja gut Ich muss langsam weiter hier Ja 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 Wart war ein Satz mit X, würde ich mal sagen. Äh. So, wir sind auf jeden Fall erstmal in der Zone. Aber wir sind voll. Okay, das ist gut. Oh. Äh, wir nehmen die. Äh, ne, nicht tanzen. Hier. Das da. Okay, hier sind wir auch sehr nah in der Zone. Das gefällt mir. Okay. So, jetzt muss man aufpassen. Da haben wir auf jeden Fall welche gebaut. Ich habe noch vier Schuss mit dem Enterhaken. Äh, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Eigentlich müsste ich auf den Berg lang rennen. Aber ich hoffe, dass ich hier eventuell nochmal einen Enterhaken finde. Nee, war ja klar. Ich und mein Glück. Ich bin ein bisschen vorsichtig hier. Ich bin ein bisschen. Aber ich muss hier. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Was macht denn der? Hier, das verstehe ich nicht. Wie kann man so schnell ballen? Das geht doch gar nicht. Also ich kriege das nicht hin. Boah, fliegt auch. Der war mir jetzt ein bisschen zu weit weg. Und unnötig Position verraten muss ich auch nicht. Äh... Der war weg. Okay. Ach, der hat da drunter ein Lagerfeuer gesetzt. Ah. Ups. Da ist er. Da ist er. Ey, der hat mich halt ernsthaft nicht gesehen. Der ist ja doof. Okay, das war's mit der Runde. Haha, wir haben einen Kill gemacht. Yay. Ja gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen mit der Runde. Äh, wir schauen jetzt erstmal ganz kurz, was wir bekommen haben. Ich glaube, es dürfte nur XP sein. Äh, äh, kommt. Oh, naja, Sterne brauche ich nicht mehr. Ich bin voll. Da. So, alles klar. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr da lasst, einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und erzählt mir bitte, wie man so schnell bauen kann. Ich will das auch können. Und wir sehen uns zur nächsten Runde fort. Hot Night. Bis dahin. Bleibt entspannt. Genießt den Tag. Und bye, bye.